Ja, heute war es nicht ohne, sehr heiß, wahnsinnig viele Höhenmeter, weil wir über die Röhen da rüber getraut sind. Ich bin neugierig auf die GPS-Daten, ich darf sagen, das waren halt mindestens 1200 Höhenmeter bergauf. So fühlt es sich in jedem Fall an. Und heute Premiere, das erste Mal auf der Tour, exakt 100 Kilometer geradelt. Wo sind wir? In Gemünden am Main, da fließt die Sinn, an der wir jetzt entlang waren. Schau mal, Simon, da drüben, die Sinn, an der sind wir jetzt gefahren, von den Röhenhügeln bis hier runter. Und außerhalb der Bahnschienen dann der Main. Morgen gibt es dann Bilder vom Main und von dem Mainradweg, weil jetzt haben wir einen Sauturscht.